Heute sollt ihr euch in 9 Uhr eure Nachbarin, Rote Maria, ihr Freundsgeräusche, das sollt die Polizei durchsetzen. Deshalb sind wir alle wieder gegen eine alte und kranke Frau für einen einzigen Eigentümer. Gerichte, Polizei, Politik, sie leben auf Seiten der Besitzenden und Eigentümer. Wir Häuser denen lieben wohnen, wir Häuser denen lieben wohnen. Zwangsordnung ist nur die gewaltigste Art der Verdrängung, aber Verdrängung hat viele Gesichter. Modernisierung, hohe Mieten, Mieter hören nach Mietstriegel, Jobcenter zahlt die Miete nicht, Umwandlung in Allentumswohnungen. Das alles ist legal, politisch gewollt und keine Gesellschaft mit kapitalistischem Wohnungsmarkt, politisch normal. Aber das alles ist kein Naturgesetz, sondern wird von Menschen gemacht. Und ganz deshalb darf uns Menschen mit kollektivem und solidarischem Handeln geändert werden. Die Räumung ist heute ausgesetzt, kam die Ansage vom Gericht. Das hat das Gericht nicht gesagt, ob das möglicherweise an der Öffentlichkeit liegt oder an den Leuten. Das machen sie nicht. Amen.